Klicken, shoppen, punkten. Wenn Sie online shoppen, bekommen Sie viele tolle Sachen. Wenn Sie über payback.de online shoppen, bekommen Sie außerdem noch richtig Punkte. So geht's. Beim Online-Einkauf immer zuerst auf payback.de und aus mehr als 600 Partnern Ihren Lieblingsshop auswählen. Damit die Punkte auch ganz bestimmt auf Ihr Konto gehen, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein. Und gehen Sie auf zum Shop. Sie sind jetzt in dem Online-Shop Ihrer Wahl. Shoppen Sie wie gewöhnlich und punkten Sie außergewöhnlich. payback.de – Bekloppt, wer online ohne shoppt.